Jo, hallo! Wir sind in Rust mit Cassie und Christian Und wir haben hier so'n kleinen Bastard unter Beschuss Der sich Hammer mit uns anlegen will Fress Scheiße! Hast die geworfen? Die ist Hammer schlecht! Die ist Hammer schlecht! Hast du noch eine? Ne, ne? Ne, ist die schon explodiert? Ja, die ist glaube ich hochgegangen Die hat überhaupt nichts gemacht Aber die Scheißgranate macht das Die ist aufgegangen, der Mongo Die ist richtig alt, ey Sieht die da auch nicht, ey Auf geht euch auf die Dory! Na? Valkiert! Alter Bei den Dinger sind schon unterwegs Habt ihr sie gehört? Wenn wir so hoch kommen mit den Leitern? Oh ja! Ich komm hinterher Go, go, go! Dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun-dun Du Fetthaufen! Warte! Pssst! Sneak! Ich bin unten erstmal Machst du die Steps auf? Ich hab gleich noch zwei Leitern fertig, ne? Wir sind jetzt schon drin Ich weiß nicht, wie wir hier wieder hochkommen Hallo! Hast du denn noch ne Leitern im Inventar? Ja, also Ist da drin mega verbaut, Leute, passt auf Oh, instant Schuss Das war ich, das war ich Ich mach denen schon mal ein bisschen Angst Hier kommen wir schon mal wieder nicht mehr rein Wie sieht das eigentlich aus? Ihr habt wahrscheinlich Ferien, ne? Ich verstehe schon gar nicht mehr, was die sagen Was sagt der? Wahrscheinlich Ferien haben oder so Wahrscheinlich Ferien haben oder so Aua! Oh Gott, ich spür mein Paar Aua! Was hat eigentlich die Probleme, Alter? Bitte, erlöse mich! Ich hab nicht mehr so viel Munition, Leute Aua! Ja, da bin ich auch rein Ich hab noch keine Sprengung gehört, du Komiker Ich muss morgen früh um halb fünf raus Ja, das Beste kommt zum Schluss Die Sprengung kommt noch, keine Sorge Ach Gott, gleich Weißt du wann du Sprengst? Du bist ein feiger Hund Und Sprengst, wenn keiner mehr an der Base ist, du kleiner feiger Wurst Finger, du Du hast gar keine Ausdolke für dich, du kleiner Spamann Flutschfinger, Ed von Schleck Ich bin, warte, schieß nicht Vielleicht bin ich das, ne gut Bin ich nicht Christian, ich bin schon relativ weit oben Ja War dir das ganz oben? Ne, ich bin hier auf nur offenen Balkon und so Ich hab die, glaub ich, gerade gesehen Ich weiß nicht, ey Wart ihr im Obergeschoss von denen? Ne, oder? Ne, ne, ne Ich glaub, die warten nur auf mich Ich bin jetzt hier auf der zweiten Ebene, Carsten Oh ja, die sind da, die sind da Die warten nur auf mich Die warten nur auf mich Das ist du wahnsinnig Das ist du wahnsinnig Könnt ihr uns sonst aufmachen? Ja, Moment, ich komme Was ist denn? Was für ein Paket haben sie denn? Was ist denn? Was ist denn? Was für ein Paket haben sie denn? Ich hab nicht mehr lange Zeit Machst du mal bitte auf? Ja, Moment Moment, ich hab nix an gerade Ich hab nur noch sieben Schuss Ich hab nur noch sieben Schuss Ich hab nur noch sieben Schuss Ich muss vorsichtig sein auf jeden Fall Hallo? Hallo? Komm sofort Ja, Moment, ich pack mir nur ein Handtuch rüber Christian, ich hab einen Ich hab die Tür im Blick Da ist noch ne Tür, glaube ich, hinter dir Also ich denke, das ist Obergeschoss, ne, Leute? Ja Ich hab die Tür, Flo, ich hab die Tür Außer die geht in die andere Richtung auf Dann ist die gefickt Ja, wo sind sie denn an welcher Tür? Hier Der Nikolaus Hier, die hier halt, ne? Ich hab die Schlüssel verloren, mein Herr Oh nein, und nun? Wo soll ich das Paket hin tun? Und? Ja, haben sie sich vielleicht Vor die Tür Können sie das vielleicht auch eventuell gleich mit in die Luft sprengen? Mh Mh Nee Er hört ein Pfeil? Ja, ich schieß Pfeile Oh nein Ich frag mich eigentlich gerade, wie er wird Entschuldigung Könnt ich mal auf euer Klo? Mh Ja, alte Dame Sie können gerne auf meine Türsette Moment Ich muss mal eben die Schlüssel suchen Mh 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 Nein! Alter, läuft ihr da gerade auf deren Days? Ja, ja. Alter, okay. Hier kann man runterhüpfen, Christian. Ah, jetzt bestimmt, ey. Hallo. 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 Seid ihr doch, oder? Ja, ja. Ja, aber wir sehen dich gerade nicht, warte. Hier. Hallo. Fuck, warte. Hier. Hallo. Hallo. Dann kriegst du ja deine Granate, ey. Die war so scheiße. Die ist irgendwo hier auf dem Schmelzofen gelandet, oder so. Scheiße, ey. Hoffentlich hat sie wenigstens. Die hat den Hammer, Hammer und 90 Schaden abgezogen. Ja, ha. Ja, ha. Geil, nur noch 500 Granaten und das Ding ist tot. Alter, da ist ein Bär, wir können nicht... Nee, das ist ein Lutscher. Ey Leute, vor eurem Haus ist ein Bär. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das sind Özil-Lutscher-Gegner. Was sind das? Seid ihr schon offline? Erinnert euch nach Laufen. Was? Was... Was? Vielen Dank.